McPowers back! Herzlich willkommen zu einem neuen Video McPowers back! Abgedreht, abgedreht. Ich habe heute was im Kaufland gefunden. Ich war wieder auf Shopping Tour. Peace! Es ist kein Cola mit Gras, kein Rappengift und keine Joints. Ganz anderes. Energy von Grape die Wolf mit Cactus Feige Sau. C-C-C-C-C-Cactus Feige Sau. Sogar Limit Edition. Echt zu entfältigen. Mehr oder weniger. Bekanntigerweise fragt ihr keiner nach meiner Meinung. Bis auf wenige Ausnahmen. Auch bekannt. So wissen die wenigen. ades ... Ja ... ... ... ... oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ja, Weg Power's back! Jetzt wollen wir mal probieren was es ist. Ich würde reden lassen, ich bin ja Energy sowie eh. Kaktus Kaktus schmeckt mal raus, sticht im Hals, auch gut, so richtig Kaktus-Falke, Alter. So schön. Kann man es dich mal gönnen, wa? Schön süß, wie mein Schatz. Geile Drecksau, Drecksau, was ich will, das will ich, und das ist nichts, wie nicht. Du willst Sex, komm vorbei, ich kenn mich aus, ich bin geil, ich bin echt die geile Drecksau. Wir machen das und dies, wir machen so viel Kies, aber nicht mit Sex, sondern einfach so. Wir haben Sex zusammen, wie wollen wir uns so lieben? Liebling, ich liebe dich, kein Spaß, ich mein so ernst. Wir machen Sex, bis wir gehen, ah, bis wir nicht mehr sind. So, ah, was anderes, ich bringe dieses Jahr noch was raus, kein Energy wie Monte, Montana Black, Alter. Überall ausverkauft, so ein großer Hype, wie bei ihm gab es eigentlich noch nie auf Energy, bis auf die Fußball-Weltwirtschaft 2006 im eigenen Land, aber das ist eine andere Sache. Allzu gut, ich sage, im Kaufland für 29 Cent, doch bis diesen Mittwoch, bis zum 9. August 23, gibt es im Angebot für 29 Cent, 330 Milliliter Dose, so, und ja. Könnt ihr noch holen, bis zum 9. August, bis nächsten Mittwoch ist es noch im Angebot. Und, ja, und Tanzverbot hat mal so Spaß gesagt in seinem Bewertungs-, in seinem Video zur Meinung zum Energy-Drink von Monte, hat er das, hat er gesagt, von Obama. Also dann, und ich habe mal gesagt, wenn ich ein Energy hier rausbringe, wird es bestimmt Platzhüter sein. Und bei Monte ist das Social-Management weggegangen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt da war. Es ist geist, es kann einfach nur, aber egal, ist es halt so. Also dann könnt ihr euch noch bis zum 9. August holen, 29 Cent die Kleiddose. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis dann. Mit Power melde sich ab und bis ein anderes Mal wieder. Yo, Power ist weg. Ciao, gute Nacht euch alle zusammen.